Moin Leute, herzlich willkommen wieder zurück bei MotorStorm Pacific Rift. Ja, wir haben das letzte Mal mit Hängen und Würgen den zweiten Platz in der Earthstone erreicht, haben ein neues Rennen freigeschaltet und wir gehen jetzt direkt in die Airzone über. Dort haben wir zwei neue Rennen und das ist geil. Standardrennen und Standardrennen mit einer Zielzeitvorgabe. Wir machen erstmal das normale Standardrennen, setzen uns in unser Buggy und freuen uns den Arsch ab. Ja, die Strecke ist eigentlich mit so ein bisschen mein Favorit, weil es einfach geil ist. Ich sag's immer wieder, direkt am Anfang auf diesem Bergkamm oben lang und dann auf einmal denkst du, wo geht's jetzt lang und auf einmal siehst du, wie die Pfeile nach rechts unten und du musst aber fast einen senkrechten Abhang runterbrettern. Es ist einfach atemberaubend. Da ist es gar nicht so tragisch, dass ich vielleicht den ersten Platz nicht mehr schaffe. So, geh mal weg mit deinem Basentrecker hier. Okay, let's go. Wir fahren rechts rum. Ich möchte den Jump wieder benutzen. da vorne. So, wir setzen an. Geh mal weg. Alter. Okay. Ready. Steady. Feuer. I believe I can fly. So. Ja, war jetzt nicht so spektakulär, ne? Weil der kleine Tugübel mich da ein bisschen gebasht hat. Alter Latz. Meine Güte. Holla, die Waldfee. Ja, wollte es aber echt wissen. Okay. So. Schön den Berg runtergebreddert und jetzt geht's den ganzen Berg wieder hoch. Wir benutzen hier den kleinen Jump, denn da kriegt man die Kurve hier besser. Zack. Ah, das Problem ist natürlich an dieser Strecke, hier gibt's kein Wasser. Ergo kann man sich nicht gut abkühlen. Ah, das liebe ich auch so, wenn man hier richtig schön durch die Wolkendecke jetzt hier durchfährt. Guck mal so schön diesig. Naja, aber hier fährt der Karre einfach auch ein bisschen die Kraft, ne? So, aber fünfter Platz ist nicht so schlecht. Es geht in die zweite Runde. Ähm. Machen wir den Jump? Wir machen den Jump. Wenn man da richtig schön weit springt, geht das eigentlich, wie das Moped hier. Herz drauf, Junge. Aber wir haben's mehr drauf. Wir sind's einfach. Und Feuer. Einen Platz konnte man gut machen mit dieser herausragend dummen Aktion. In echt würde das doch keiner machen. Obwohl, wenn ich ab und zu mal bei Red Bull vorbeigucke, dann machen das Leute. Auch mit dem Mountainbike. Und ihr denkt, Alter, ich liebe ja Mountainbiken. Ich guck mir sowas immer an. Downhill. So Rampage-Filmchen. Wie die da die Berge runterbreddern. Alter, das ist einfach so krank. Aber verdammt geil. So, aber irgendwie nutzen die Gegner, das fiel gerade ein bisschen hemmungslos aus. Zweiter Platz, der da vorne, der fühlt sich noch sicher. Noch. Er nimmt aber den Außenweg. Der Außenweg ist nicht gut. Haben wir schon oft feststellen müssen. So, jetzt geht's hier in die letzte Runde. Okay, er nimmt wieder den längeren Weg. Das könnte jetzt unsere Chance sein. Wenn ich's jetzt nicht verkacke, den Sprung. Ich find's auch geil, wie die Kamera so ein bisschen hoch geht und wie er schon zeigt. Komm, do it. Okay. I'll do it. Roll in the open. So. Zack. Gleich erst mal rein donnern. Gleich erst mal Akzente setzen. Zeichen. Ich bin da. Dir ist der erste Platz nicht geschenkt. Wir mussten ja schon entbetteln. Also, vom battle. Nicht, nicht betteln. Kannst gerne betteln, aber schenken tue ich dir nicht. Zack. Okay. Naja, benutzt mal deinen Noss. Oh, da brennt er. Da brennt er. Das heißt natürlich, hat sein Noss aufgebraucht. So. Hälfte Noss brauche ich auf jeden Fall noch. So. Boah. Also, wenn ich jetzt nicht irgendeine Scheiße baue, was durchaus im Bereich des Möglichen ist, dann soll das das gewesen sein. Auf jeden Fall für ein Franzis Tier wieder mit einer exorbitanten Leistung zurückgegangen. Jawoll. Wird aber auch Zeit. Ich liebe auch die Strecke. Das muss ich sagen. Also, im letzten Part habe ich ja so ein bisschen abgekackt. Ich muss aber sagen, die Earth Zone ist nicht so meins. Die Strecke sehen geil aus. Keine Frage. Aber die sind halt ziemlich schwierig. Mit den vielen Pfützen und es ist einfach zu schwierig. Okay. Air Zone. Wir gehen an den Start. Gehen wir mit dem kopflastigen Delfin an den Start? Nee. Haben wir ein neues Auto? Doch, den ja aber. Der sieht ja mal mega scheiße aus. Geil. Den nehme ich. Kann das überhaupt fahren oder was? Oh geil, die Badlands. Das lieben wir doch. Das lieben wir doch. Diese ausgeklüfteten Vulkane hier. Schön mit Schmackes drüber flügen und trotzdem brennt die Hütte vorne und hinten. Da bleibt nur eins übrig. Die Klimaanlage schon mal volle Möhre aufdrehen. Und dann geht das los. Oh, der Rhino ist auch mit unterwegs. Den haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Ich möchte den Rhino eigentlich auch haben. Oh, da knackt's. So, die Mopeds fühlen sich sicher da links. Machen wir doch mal ein bisschen Angst und Schrecken und fahren mit unserem schönen Geschoss hinterher. Ja, ihr dachtet, hier kommt kein LKW durch. Ja, so richtig mit Erfolg habe ich das auch nicht geschafft, ne? Alter, ein Battleman. Battle wehren anders. Ne, 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 darüber fahre ich jetzt nicht. Das ist mir zu weiter weh. So, schön mit Schmackes. Ne, das schaffe ich nicht, den Sprung. Dann lande ich doch irgendwo hier in Nirvana. Ja gut, ne? Die fahren hier mitten durch, die Monster Trucks. Mit ihrer Bereifung. Dem macht das natürlich gar nichts aus. So, wir fahren hier oben lang. Den oberen Weg, da habe ich gute Erfahrungen gemacht. Da gibt es am Ende einen schönen Sprung. Aber mir gefallen einfach die LKWs, die gefallen mir nicht. Die haben zu kleine Reifen. Die fahren sich so träge. Ne. Oh, oh. Aua. Okay, da fahre ich auch mal mitten durch. Warum nicht? Kann man ja mal machen, ne? Ah, ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich kann gar nicht anders. Guckt euch das mal an. Hey, die Karre, die ist voll am Limit. Ich komme einmal nicht hinterher. Ich meine, was will man auch erwarten? Es ist halt ein LKW. Es ist halt einfach ein fucking LKW. So. Naja, wir fahren auch da unten lang. Ich kenne den Weg hier unten. Ja, die Mopeds, die machen sich da oben natürlich einen Lenz, ne? Die jumpen mal ein bisschen hin und her. Ja, jetzt brennen wir gleich mal eine Runde. Oh, was ist mit ihm los? Wo kommt der denn auf einmal an? Haben wir gerade aus dem Himmel geflogen? Oh, kleiner Steinschlag. Das wäre eigentlich auch geil, wenn ihr einfach mal so ein fetter Stein runterbröseln würdet. Ich glaube, das kommt ja dann im dritten Teil, ne? Obwohl, mit der Karre kannst du eigentlich doch ganz gut durchs Wasser fahren. Der Achterplatz, das ist eben nix, ne? Was ist denn hier mit dir? Fahr doch mal weg jetzt. So. So ein bisschen durchs Wasser können wir, ja? Zwei Räder, besser als nix. Okay, Mopped ist unten. Sechster Platz. Ist halt immer noch nix, ne? Aber ansonsten glaube ich mal, dass ich schon den optimalen Weg gefunden hatte. Ne, den Jump mache ich nicht. Ja? Das sammeln wir mal um für die nächste Runde. Nicht, dass es mir dann im Wege steht. So, schön durchs Wasser nossen. Fahr zu, Junge. Alter, wie viel sind hier gerade? Stau. Jetzt lass mich doch vorbei. Jetzt lass mich doch einfach vorbei. Wir sind doch eigentlich Kollegen. Wir sind doch Kollegen. Du übernimmst doch sowieso nachher meine Schicht. So, Förderplatz. Reicht nicht. Okay, wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich unten lang fahren, aber die beiden Jungs da vorne, die haben mir gesagt, komm, komm mit. Wir haben einen guten Plan. Wir springen hier den Berg runter. Irgendwie hat sich das plausibel angehört. Warte, ich mach da mal mit. Komm mal hier runter. Jo! War eine dumme Idee, würde ich mal sagen. Zehnter Platz. Aber es sind alle relativ dicht beieinander hier, ne? Wollen wir auch sagen. Aber 4,30. Wie soll ich denn das schaffen mit der Karre? Ach, sind nur zwei Runden. Na ja, gleich am Ende. Durchaus logisch. Komm mal oben lang. Eigentlich voll die dumme Idee. Unten lang den Weg kennen wir. Der Weg war gut, aber nein. Man entscheidet sich mal kurz vorher noch um und will was Neues ausprobieren, weil das ja bis jetzt immer so gut geklappt hat. Geh mal weg. Wo ist denn das Ziel überhaupt? Kommt das mal langsam. Irgendwie nicht, ne? Aber 4,30 ist echt eine knackige Zeit. Zeit. Die Rakete startet. So, Zeit vorbei. Naja, naja. Zweiter Platz ist... Ja, es ist nix, ne? Aber 4,30 ist echt knackig. Also ich hab ja jetzt wirklich nicht so viel Blödsinn gemacht. Obwohl mein zweiter Versuch da der andere Weg war schon wahrscheinlich ein bisschen besser. Okay, es geht in die Fire Zone. Wir holen erstmal die Punkte, die wir mal holen können. Okay, geil. 4,20. Drei Runden mit der Karre. Geh mal in den Start. Die Strecke ist auch ganz geil. Das ist die mit dem Kanonenrohr direkt am Anfang, oder? Paradise Beach. Die Strecke sieht eben auch einfach geil aus. Ne? Diese runtergerotzte Stadt hier, wo sich die Natur einfach alles wiederholt. Und am Anfang ist doch dieses Kriegsschiff, was so, äh, angespült wurde. Und man brettert dann da dran entlang. Das ist natürlich bombastisch inszeniert. Wenn's das überhaupt ist, ob ich... Ist es gar nicht, oder? Ne, ist es gar nicht. Yo. Ich hab das Gefühl, ich bin so ein bisschen größentechnisch unterlegen, oder? Okay. Ihr wollt da lang, da fahr ich mal hier unten lang. Ich geselle mich mal zu meinesgleichen. Okay. Okay. Die jumpen mir einfach mal runter. Yo. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Warum nicht? Warum nicht? Es war mir so klar. Ich werde da irgendwie drauf fliegen und es wird nicht gut für mich enden. Das war einfach so klar. Aber okay. Warum nicht? Manchmal muss man auch ein bisschen riskieren, um zu verlieren. Yeha. Let's go. Oh, fick dich doch. Ey, das ist doch echt albern. Warum macht er das? Nur damit er mich... Also, er battelt mich nur, um mich zu battlen. Alles gut. Das hat der nicht mit Absicht gemacht. Der hat mich übersehen. Der wollte nicht mich töten. Nein. Er wollte einfach da langfahren. Und ich war zufällig gerade im Weg. Alter, ich kann doch gar nicht anders. Jetzt mal ehrlich. Ich finde überhaupt keinen Weg hier durch. Das sind einfach nur große Kollerste, die mir im Weg geworfen werden. So, zweite Runde. Jetzt einfach nur noch hier vorne bleiben. Oh, die sind alle schon wieder unterwegs. Alter, das ist eine... Das ist so krass. Es ist so krass. Die battlen mich hier. So, lass mich raten. Jetzt fallen sie mir wieder auf den Kopf. Oh, shit. Da wollte ich eigentlich oben langfahren. Na? Da sehe ich doch schon wieder den. Schnell hier hoch. So, battle of the best. Gehen, jump. Den nehmen wir wieder mit da vorne. Ach, da platzt. Das ist eben auch gar nichts, was ich hier abliefern, ne? So, abkühlen, abkühlen, abkühlen. Go. Okay, so quer reinfahren ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt, ne? Oh, das ist ganz gut. Warum mache ich das nicht? Warum nehme ich immer diesen Mega-Umweg? Alles klar. Okay. Okay. Da kann man vielleicht auch einfach mal ein bisschen abbremsen. Aber da habe ich mich gerade so gefreut, dass ich da mit so einem Affenzahn reindonnere. Da habe ich doch schon wieder irgendwelche riesigen Räder hinter mir gesehen. Alter, du kannst mich mal. Das ist einfach nur noch lächerlich, was hier stattfindet. Alter, ich muss nochmal neu starten. Das ist einfach nur noch lächerlich. Das ist einfach nur noch lächerlich. Eigentlich ist das voll dumm, neu zu starten. Ich weiß, weil es ist überhaupt kein Zufall. Die sind genauso schnell wie ich. Jo. Ja. Mir erst mal die komplette rechte Seite wegrasiert. Warum nicht? Oh. Jo. 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 Alter, was ist hier los bitte gerade? Warum explodiert schon wieder alles? Und warum ist meine Frontshirt so komplett weggerissen? Nein, 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 nein. Oh, nee. Ach, komm, ey. Ist doch mal wieder... 16. Wow. Das ist eine Kunst. Aber jetzt gehen wir nicht auf. Es kann ja nur schlechter werden. So, hier habe ich gesagt, gerade Ausdurchbrettern ist besser. So was hier. Zack. Krettern, dann ist man eben ruckzuck wieder auf dem Ersten. Also ich weiß, ich bin Achter, aber ich muss mir jetzt schönreden. Ja, jetzt geht doch mal zur Seite. Alter, was macht der hier vor mir? Du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Du riechst doch nach... Du riechst doch nach Dino-Schiss. Alter, diese Stelle hier, die ist doch einfach nur noch höchstgradig. Unangenehm für mich. Ob ich da von links reinspringe, ob ich reinfahre, irgendwer landet immer auf mir. Es ist einfach nicht mehr schön. Ich möchte das nicht, dass die ganzen großen Fahrzeuge mich hier unsittlich berühren. Nein, ich will das nicht. So, jetzt so weit wie möglich nach links springen. Damit die mich nicht gleich wieder überrollen. Ich höre ihn doch schon wieder. Ich höre ihn doch schon wieder. Okay. Fahr mal halt hier unten lang. Warum nicht? Ging eigentlich sogar, ne? Ich hatte so einen Speed drauf. War gar nicht so übel. Ah, der holt hier schön aus. Ach ne, der holt nicht aus. Der springt da einfach nur quer durch. Kann man auch machen. Zack. Okay, der Weg war gar nicht so verkehrt. Wenn mir da nicht gleich wieder einer... Was ist denn das? Warum springt der denn da, der alte Spast? Du Trottel. Behalt deine Räder nach unten. Da, wo sie hingehören. Im Dreck. So. Wer springt auf mich? Keiner. Yes. Schnell weg. Schnell weg. Weg. So. Letzte Runde. Aber die Zeit 4.20 ist eigentlich locker schaffbar, oder? 4.20 ist locker drin. Aber der dritte Platz ist jetzt nicht unbedingt. Den muss man ja auch noch haben. So, hier so weit wie möglich nach links springen. Habe ich das Gefühl? Oh, nein. Oh, doch. Wie, 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 wie? Mama Mia! Wo kam der denn auf einmal her? Aus dem Nichts. Jawohl. Der selbe Rotz wie immer. Same shit everyday. Sha la 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 la. Ich bin siebter. Ich weiß nicht wieso. Boah, ich hoppel hier. Ah, komm. Ja, Alter, Leute. Was ist das hier, bitte? Aha, aha. Ist doch echt einfach nur noch albern. Komm, Arsch rum. Der dritte Platz soll mein sein. Der dritte Platz ist mein. Nein, die Rakete ist groß. Dein Penis ist klein. Dritter Platz. Aber ich habe die Zielzeit erreicht. Alter Latz. Das war so klar. Gegen Ende fahren die Nummer alle über mich drüber. Ihr Schweinebumser. Geschwindigkeitsrennen freigeschaltet. Ach, komm, wir gucken einmal in die Waterzone. Wir gucken in die Waterzone. Das gefällt mir sowieso mal am besten. Selbst hier habe ich nur einen zweiten gemacht. Und das ist meine absolute Königsdisziplin. Okay. Wollen wir mit dem Quad mal wieder in den Start gehen? Das hat man schon lange nicht mehr. Da wehre ich mich immer so ein bisschen dagegen. Ich finde immer, das Quad fährt sich am schwierigsten. Das sieht so richtig, das sieht eigentlich auch richtig schön kacke aus. Weil das sieht auch, das ist, Gott, Mann, das, es ist so eine Mischung aus. Sieht richtig kacke aus, aber gestylt gewollt. So, Alter, der wollte ganz viel. Hat auch ganz viel Geld reingesteckt. Aber es sieht so unglaublich scheiße aus. So sieht es jetzt aus. So, Eliminierungsrennen. Geil. Das geht auch nicht so lang, denn ich bin ja eh der Letzte. Das heißt, nach den ersten, wie viel, 70 Sekunden oder wie auch immer, bin ich ja eh tot. Super optimal. Läuft. Beach. Das ist das, was ich meinte, ne? Wo das Kanonenrohr so schräg raus hat. Ja, natürlich. Das ist doch die absolute mega-räulige Kacke. Ich bin hier zwischen den LKW unterwegs. Das einzige Moped... Ey. Es ist einfach nur noch ein Diss. Es ist einfach nur noch ein Diss. Das ist ein Witz. Es ist echt ein Witz. Ich kann mich doch überhaupt nicht wehren. Dann kriege ich gleich wieder Kieferknacken und Zähneknirschen. Muss ich gleich in meine Nachtspange reinmachen. Natürlich. Na klar. Boah. Nee. Hehe, Trottel. Damit bist du jetzt raus, weil du mich betteln wolltest. Alter, du bist ein Moped. Du bist dreimal schneller als das Ding. Rennen vorbei. Wieso ich? Wieso ich? Er war doch gerade... Er da. Ich glaube auch nicht, dass dieses Quad dafür da ist. Also ich glaube, ich hätte hier lieber das Moped nehmen sollen. Mit dem komme ich besser klar. Mit diesem fahrbaren Rasenmäher hier. Der ist einfach nicht gut. Der liegt nicht gut. Liegt nicht an mir. Liegt am Rasenmäher. Ja, oder weniger. Es gibt übrigens ein ganz geiles Quad-Game. Alter, es ist ein Zaun aus Pappe. Nee, aus Plastikgummi. Und ich bleib hängen. Oh oh. Alter, Mats. Okay, das sollte ich vielleicht mal... Okay, noch ein Versuch. Bevor hier mein Blutdruck ins Unermessliche hochsteigt. Jetzt mal ein bisschen fokussiert er hier ran. Komm, der dritte Platz ist hier wohl locker drin. Locker. Locker. Ich weiß gar nicht, ob der Weg hier der optimale ist, aber... Ich habe das Gefühl, zwischen den ganzen fetten LKW-Typen da... Da will ich irgendwie auch nicht langfahren. So, irgendwer geht... So. Jetzt fokussiert ran gehen. Komm, wir sind weiter als eben. Wir kämpfen uns Platz für Platz vor. Denn wir wissen, dass es kein Limit gibt. Die Strecke ist eigentlich geil, ey. Die ist hammergeil. Aber das Quad ist einfach das Reunigste. Das Quad ist echt das schlimmste Fahrzeug. Mit dem LKW. Der LKW fährt sich einfach so mega-ultra... Ja, ja. Er will mir die vorbeilassen. Dann soll er in der Hölle schmoren. So. Da waren es nur noch sechs. Und da ist er. Er ist ziemlich weit hinten. So, den versuchen wir jetzt mal ganz flugs zu überholen. Damit er mich jetzt hier wieder überrollen kann. So, mal sehen, ob es klappt. Mein Plan. Oh, da unten sind sie alle. Iiiiha. Oh, ich würde da gerne rüberspringen. Ich kriege es nicht hin. Oh, da kriegt die Kurve, Junge. Oh, da kriegt die Kurve, Junge. Okay, dritter. Es sind schon nur noch drei da. Alter, ich bin doch gerade durchs Wasser gefahren. Ich würde mich gerne umdrehen, um zu sehen, ob das hier erfolgreich ist, was ich mache. Schaffe ich den noch? Den schaffe ich nicht, oder? Ich könnte es versuchen mit einer fetten Explosion. Ja, okay. Okay, that's it, man. Da habe ich schon drei Schritte weiter gedacht. Ich wollte mit der Explosion über ihn drüber fliegen, dadurch ihn überholen und er wird dann explodieren. So war der Plan. Leider hat es nicht ganz geklappt. Okay, Leute. Uns fehlen aber nicht mehr so viele Punkte, müssen wir sagen. Es ist 575. Das geht. Wir haben durchaus hier noch ein paar Sachen, die man schaffen kann. Da kann man noch ein paar Punkte scheffeln. Hier zum Beispiel, das müssen wir auf jeden Fall freischalten. Da müssen wir hier eigentlich nur noch die Zeit knacken. Das ist easy peasy, kriegen wir hin. Hier nochmal die Zeit knacken. Hier sind auf jeden Fall die restlichen 50 Punkte noch drin. Ja, ansonsten ist ja die Waterzone. Die Waterzone ist eben auch mein Steckenpferd. Ansonsten, hier haben wir noch zwei komplette Rennen. Alter, da ist natürlich... Ja, der dritte Platz hier, da ist auch mehr drin. Da ist definitiv mehr drin. Hier auch. Eliminierungsrennen dritter, das ist natürlich gar nichts. Da müssen wir auch nochmal einen Start gehen. Ja, zweiter Platz ist immer noch... Das ist schwierig. Hier haben wir zweimal dritter. Zweimal dritter geht gar nicht. Hier, was denn das? Standardrennen. Und hier haben wir, glaube ich, auch noch... Hier vorne haben wir eins liegen lassen. Hier die Zielzeit und dann können wir nochmal 100. Das sind insgesamt nochmal 300. Plus den einen oder anderen... Achso, 300, die wir noch freischalten können. Und wenn wir da den ersten machen, sind es 300 Punkte. Und dann sind noch vier Rennen, die wir noch nicht gemacht haben. Wo tendenziell ja auch maximal nochmal 400 Punkte drin sind. Also insgesamt 700. 300 plus 400, 700. So. Also, es ist durchaus machbar, hier diese 575 Punkte zu knacken. Und dann in den geilsten Rang überhaupt aufzusteigen. Nämlich Rang 8, dann haben wir alles freigeschaltet. Ich werde nicht alles auf 100% spielen, aber ich will jedes Rennen hier spielen, was nur geht. Und das wäre damit für mich die Premiere, denn das habe ich in dem Spiel noch nie geschafft. Wir müssen nur noch 575 Punkte knacken, dann liegt uns die Welt offen. Das Festival eröffnet sich dann. Das wollt ihr natürlich miterleben. Und das könnt ihr auch miterleben, indem ihr einfach den Kanal abonniert. Und das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Motorstorm Pacific Rift bei Fun für Lefranz. Danke fürs Zusehen. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017